Wir vom Ostsee Kennenplaner bedanken uns aber beim Reporter für diesen Beitrag. Für diese Saison schauen wir positiv hingegen, denn bereits dürfen alle Urlauber an die Ostsee kommen. Ob unser Sommer- und Herbstfest stattfinden kann, das steht aktuell noch in den Sternen. Jedoch hoffen wir einfach alle auf den sonnigen Sommer und dass wir unsere Urlaubstage so genießen können, wie jeder uns vorstellen kann. Wir sind alle gesund, bleiben Sie es auch und wir sehen uns! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.